Wer ist tot, no? Wer ist tot? Hihihi! Ich hab kein E-Bell. Wow, let's go. Das ist huge. Du sagst sowas von mir. Happy. Oh, die Dings deckt mich dafür nicht. Ist gut. Ich würd hier einfach basen. Oder wir trappen. Wir können auch trappen. Dann werden die nicht rechnen. Guter Call von mir zu trappen. No, das kannst du nicht müssen. Wir sind nämlich so viel besser, Burr. Wir sind nämlich so fucking viel besser, mein Sohn. Denk vielleicht, wir base sind. Ich muss hier früh springen, damit Jinx mich nicht trappen kann. Einfach basen, Burr. Wenn der Pike gut gewesen wäre, hätte er die Wave angefasst. Na, wenn er wirklich gut wäre. Macht vielleicht... Keine Ahnung. Auf meiner Elo einer von 100 Supportern da. Maybe. Vielleicht sogar weniger. Wahrscheinlich weniger. Man muss ja rechnen, 9 von 10 Supportern sind Dogshit auf meiner Elo. Das heißt, 90 fallen sowieso aus dem Raster raus. Und von den 10, die dann gut sind... Hm. Wahrscheinlich weniger als einer von 100. Ah, viel Sekulärzeit, ne? Ah, ttttttttt. Das ist so eine Formality-Scam. Ah. Jetzt springen sollen wir den. Beim Sau passen, wegen Jinxhood, actually. Ich spiel für Kills. No. Ich habe ihn nicht rausgeholtet bekommen, weil ich einen schlechten Henkel gewählt habe. Wir enden hier, oder? Ordentlich. Mach keine Auge, Silas. Das war's. Nachdem ich mir hinterher ging. Er hätte er raus sprechen sollen für den Grill. Ah well. DT. End das mal einfach Jungs. Ist ja nicht weg, Lasslöööööööööööööööööööööööä. auch ein gutes starter game würde ich sagen 80 unterschreibt amin so inhalt spieler aus im master wenn jeder einzelne spieler an der kreft das war jetzt das game hat in unter 15 minuten zu ende